Die Folge 129 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute der zweite Teil meines Interviews mit Laurenz Andrzejewski über Trennungskultur. Worauf sollte ich als Führungskraft besonders achten, wenn ich Mitarbeiter betriebsbedingt kündigen muss? Wie gehe ich da mit meinen eigenen Emotionen um? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Kündigungen auszusprechen ist schwierig und es ist emotionsgeladen. In Podcast Folge 118 habe ich darüber schon mal berichtet. Da ich aber hinsichtlich der Trennungskultur kein wirklicher Experte bin, habe ich mich kürzlich mit Dr. Andrzejewski in Frankfurt getroffen und mit ihm ein ausführliches Gespräch darüber geführt. Daraus sind zwei Podcast Episoden geworden. Letzte Woche konnten Sie in Podcast Folge 128 den ersten Teil hören. Heute gibt es nun den zweiten Teil zum Thema Kündigungsgespräch führen. Dr. Laurenz Andrzejewski gilt vielen als der deutsche Trennungspapst. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch sein empfehlenswertes Buch »Trennungskultur und Mitarbeiterbindung – Kündigung, Aufhebung, Versetzen, fair und effizient gestalten«. Er hat es mit seinem Kollegen Hermann Rehfisch geschrieben und ich kann es wirklich sehr empfehlen, speziell dann, wenn Sie sich mit dem Thema Kündigung, Entlassung und Trennungsmanagement beschäftigen. In dem heutigen zweiten Teil des Interviews gehen wir der Frage nach, was mache ich denn, wenn ich als Führungskraft vom Top-Management vorgegeben bekomme, zum Beispiel zehn von meinen 50 Mitarbeitern betriebsbedingt zu kündigen und ich muss die Kündigung aussprechen. Wie gehe ich als Führungskraft, der ich in einer Sandwich-Position ja bin, mit meinen eigenen Emotionen um? Kann ich solche Kündigungen überhaupt fair gestalten? Hier also der zweite Teil meines Interviews mit Dr. Laurenz Andrzejewski. Herr Andrzejewski, gerade bei solchen betriebsbedingten Kündigungen, wenn so eine richtige Entlassungswelle über ein Unternehmen rüberrollt und ich bin als Führungskraft in dem mittleren Management, ich soll jetzt meinen Mitarbeitern betriebsbedingt kündigen, ganz ehrlich, ich stelle mir das unheimlich belastend vor, insbesondere wenn man dann nicht selbst von den Maßnahmen wirklich überzeugt ist. Ich muss hier überrühren. Was raten Sie solchen Führungskräften? Wie sollen die damit auch den eigenen Gefühlen wie Schuld, Wut oder Zweifeln umgehen? Ich kann die ja nicht nach außen tragen, das darf ich ja eigentlich nicht. Idealerweise eben bitte nicht, weil das dann genau zu dieser Dissoziation führt, also auch zu Irritationen bei den betroffenen Mitarbeitern und den Bleibenden im Team. Ja, die wissen, O-Ton ist dann wieder, die wissen ja nicht, was sie tun, die meinen das gar nicht so ernst, ja, oder mein Chef steht auch nicht davor und dahinter. Also kann der jeweilige mittlere oder ich sage mal kleine Chef, dann, das kann ja auch ein Meister sein zum Beispiel, ja, oder das kann ein Abteilungsleiter sein, also jemand aus der mittleren Hierarchie, kann nur sich selber rüsten und stärken in der schon erwähnten Sicherheit der Entscheidung und dann muss ich schon den Blick werfen, auch in dem, was wir dann das Package, also das Angebot klingt auch ein bisschen komisch, aber das Paket, was man dann dem Mitarbeiter anbietet, das ist Geld, das ist Zeit, das ist auch vielleicht New Placement Beratung, ja, damit zu versuchen, die Brücke zu schlagen, weil in der Regel haben die Leute sich dann ja doch nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen, vor allem bei den Betriebsbedingten, die sie erwähnen. Ja, gar nicht, das liegt dann gar nicht am Einzelnen. Aber es ist eben per Sozialpunkten die Auswahl auf ihn getroffen. Also diesbezüglich in der Argumentation gut rüsten und sich auch bewusst machen, dass dem ist leider so und da kann ich jetzt keine Führungskraft aus der Verantwortung lassen und auch keine personalverantwortlichen Experten aus der Verantwortung lassen, sagen, diesen Teil des Jobs, diesen scheiß Teil des Jobs habe ich mitgekauft. Das wurde mir zwar bei einem, als ich Chef wurde, als ich Werkstattleiter wurde oder Niederlassungsleiter wurde, hat man mir das natürlich nicht gesagt, dass es auch das geben kann, ja, sondern hat mir immer nur also dieses Positivo und die Belobigung, Beförderung und so. Aber jetzt gilt es darum, und da ist es natürlich wirklich eine schwierige Prüfung für die Persönlichkeit der jeweiligen Vorgesetzten, diese unangenehme Aufgabe zu übernehmen, in dem Sinne, bin ich meinen Leuten schuldig. Mir fällt ein, das ist auch im Buch niedergeschrieben, eine wirklich Geschichte, die Gänsehaut verursacht, hat dieser Chef auch auf dem Kongress live vorgetragen und es war murksmäuschenstill im Saal, also der musste 150 von 150, also 100 Prozent seiner Leute entlassen binnen sechs Wochen. Und er hat gesagt, mein Fluchtreflex, der war so groß, jetzt kriege ich selber auch Gänsehaut, wo ich das erzähle, der hat gesagt, ich habe das ganze Wochenende mit mir gerungen, soll ich kündigen, soll ich die Brocken hinwerfen und dann bin ich zu der Entscheidung gekommen, ich mache das, ich gehe in die Verantwortung, ich bin, wie ich gerade zitiert, meinen Leuten das schuldig und ich bereite mich jetzt mit Personalabteilung bestens vor und führe selber die Gespräche und versuche es den Menschen zu erklären. Akzeptanz und Applaus werde ich nicht bekommen, aber so und man hat ihm das nachher auch gedankt, also die Betroffenen, die nach einer Zeit Abstand, zunächst ist das natürlich wirklich auch ein Schock und die geraten auch in Panik, aber nach einem gewissen zeitlichen Abstand kam dann auch in diesem Fall die Rückmeldung, war ich eine ganz schrecklich schlimme Situation, aber du hast es wenigstens anständig gemacht, du hast es offen gemacht, du hast offen mit uns gesprochen, du warst auch dann da für uns im Nachgang. Und das ist das, was ich also allen Führungskräften, allen Personalverantwortlichen mitgeben kann, versuche zu umschreiben. Das heißt, ich habe eigentlich eine Verantwortung aufgenommen, selbst wenn ich nicht dahinter stehe, ich meine, als erstes muss ich die Sache durchziehen und danach kann ich kündigen, weil wenn ich es nicht mache, wird es schlimmer, als wenn es jemand anders macht, weil der hat gar nicht den Bezug. Ein sehr gutes Stichwort und ein guter Gedanke, Herr Gerob. Da möchte ich alle, alle Ihre Zuhörer motivieren und alle, die es damit zu tun haben, motivieren, in dem Bemühen, diese schwierige Aufgabe gut zu machen. Zunächst hat man ja immer, also mir geht es selber sogar immer wieder nach den vielen Jahren noch so, man hat dieses schwarze Loch der Trennung im Kopf oder vor Augen oder man spürt das im Gefühl. Allerdings eben glücklicherweise gibt es ja Methoden und Techniken, die sind auch gar nicht so schwer zu verstehen und gar nicht schwierig zu erlernen, sie sind sofort zu erlernen, die ermöglichen, solch eine schwierige Aufgabe gut zu machen. Den Menschen gegenüber, die gehen müssen und vor allen Dingen aber auch im Hinblick auf diejenigen, die nachher die sogenannten Bleibenden sind. Wir müssen es nochmal vor Augen halten, dass selbst wenn 20% eines Unternehmens Mitarbeiter, 20% der Mitarbeiter gehen müssen, das sind viel, das wäre jetzt viel, sind 80% diejenigen, mit denen wir die Zukunft gestalten müssen. Quasi die Überlebenden. Die Überlebenden und die beobachten, weil man ja über Wochen und Monate nicht weiß, wer gehört am Ende dazu, wer darf bleiben, wer muss gehen, die beobachten natürlich ganz genau, wie geht man jetzt hier in diesem Laden, in diesem Unternehmen mit den Menschen um. Deswegen also der Appell, es ist mehr ein Appell und auch eine Ermutigung zu sagen, doch, sie können diese schwierige Aufgabe gut machen, sodass auch die Betroffenen nachher wieder gut einen neuen Job finden und den Anschluss und manchmal glücklicher sind als im alten Unternehmen. Ich würde gerne, Sie haben es eben gesagt, was sind zum Beispiel so Methoden und Techniken, um eine Trennung im Trennungsgespräch gut zu machen. Es ist die Machart. Und zwar, da werde ich jetzt ganz konkret, und zwar geht es um zum Beispiel folgendes. Es gibt fünf Basisfragen, die kann man in einer Stunde, oder, also ja, es braucht eine, weil meist geht eine heiße Diskussion los, aber ich sage mal, in einer, anderthalb Stunden kann man die fünf Basisfragen in diesem, wie soll ich mal sagen, Projektteam jetzt, Geschäftsleitung, Personal, Führungskraft, folgende Fragen diskutieren. Eben, wer führt eigentlich dieses entscheidende Gespräch mit den Betroffenen, acht oder 500 Menschen? Wo führen wir das? Also, das muss zum Beispiel eben in einem Raum, der nicht einsehbar ist und der die Ruhe und Diskretion gewährleistet sein. Wie lang darf so ein Gespräch dauern? Ja, dauert das sieben Minuten oder dauert das anderthalb Stunden? Was sind eigentlich die Inhalte? Also sind wir auch gut vorbereitet auf die Fragen des Mitarbeiters? Also wer, wann, wo, wie lange, mit welchem Inhalt werden diese Gespräche geführt? Das sind fünf Basisfragen, die es vorzubereiten gilt. Die sind im Grunde Logistik und Organisation. Haben wir überhaupt einen Raum? Bitte keinen Raum, wo alle anderen an den Fenstern vorbeilaufen, zur Kantine. Und dann ist alles vorgekommen. Just auch in Aachen fällt mir ein Projekt ein. Oder in anderen Fällen hat man einen Besprechungsraum gewählt und so ungefähr alle paar Minuten schaute jemand rein, ich hole nur den Beamer. Ach, Entschuldigung, ich bringe nur Flipchart-Papier. Das darf natürlich nicht passieren, wenn der Betroffene gerade die Trennungsbotschaft erhalten hat. Oder, Sie merken, ich schmüge gerade oder ich berichte live aus der Praxis zu diesen so banal erscheinenden Basisfragen, die sind aber basal. Wenn man sich zum Beispiel entscheidet, solch ein Gespräch im Büro des Vorgesetzten, was durchaus sehr angebracht erscheint, mir zu führen, dann darf aber, dann muss der zum Beispiel sein Blackberry, sein iPhone abschalten. Ja. Haben Betroffene berichtet, habe ich gerade die Botschaft empfangen, da klingelt sein Handy, wie man so sagt, ja, der hat dann nur gesagt, es geht jetzt nicht, ich rufe zurück, ich rufe, aber das war total verletzend, total, also für den Betroffenen, ja, dass was anderes wichtiger war, dass sowas geht gar nicht. Und dann kommen nochmals, noch immer eine Fünf, nämlich die ersten fünf Sätze. Ah, das eine war jetzt die Vorbereitung, das ist die Vorbereitung, Logistik, Organisation und Ablauf und jetzt gehen wir gedanklich in das Gespräch hinein, nach meiner Überzeugung und Erfahrung aus all den Projekten über die vielen Jahre gehören diese fünf Sätze in den Mund des jeweiligen Vorgesetzten. Also nicht in den Mund der Personalabteilung, da können wir gleich noch was dazu sagen und auch wenn das noch so unangenehm ist und zwar die ersten fünf Sätze, nicht fünf Minuten, das ist viel zu lang, die Botschaft, die Trennungsbotschaft muss in die ersten fünf Sätze hinein, also du bist betroffen und da gehört zum Beispiel auch unbedingt, nachdem die Trennungsbotschaft ausgesprochen ist, eine Pause, wirklich eine akustische Pause, eine Sendepause. Betroffene haben immer wieder berichtet, Chef hat dreiviertel Stunde geredet über alles mögliche, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er wollte, manch einer hatte übrigens sogar verstanden, aber der hat was Großes mit mir vor, Chef hat nämlich gesagt, wir müssen über ihre Perspektive reden, wir müssen über ihre Zukunft reden, also dieses Blabla und ja, also Mogelpackung und die Mitarbeiter dachte, er wird befördert oder versetzt, war aber im Grunde die Trennungsbotschaft und beim Rausgehen an der Tür sagt Chef, ach übrigens, also ab 1. so und sovielten, 1. 9. bist nicht mehr unser Mann, das geht natürlich, sowas geht nicht, ja, also dieses will vorbereitet sein und in diese Trennungsbotschaft, das hatten wir eben schon gehört, dann auch diese schlüssige, nochmal, wir werden keinen Applaus bekommen, aber diese schlüssige Trennungsbotschaft und Begründung, die im Zweifelsfall auch durch die Instanzen hält, also wenn zum Beispiel dann jemand Juristen einschaltet und Kündigungsschutzklage zum Beispiel einreicht und ja, dann muss das stimmig und sauber sein. Aber ich glaube, wenn ich sie richtig verstehe, entscheidend ist auf der einen Seite diese Wertschätzung, aber wertschätzend heißt auch in dem Moment, die Entscheidung ist ja gefällt, also muss ich es klar und eindeutig präzise machen und nicht um den heißen Drei rumregen. Die Klarheit ist es, was zum Beispiel auch einen Teil der Wertschätzung ausmacht, ja, weil sonst, wenn die Klarheit fehlt, in der Sprache und in der Formulierung und in der Aussage, wenn die fehlt, dann fühlen sich die Menschen, jetzt kommt nochmal O-Ton, bitte nicht erschrecken, fühlen sich die Menschen veräppelt und verarscht, ja, und du hast doch sonst immer offen und direkt mit mir geredet, oft sind die ja per Du, die Kolleginnen und Kollegen oder egal, per Du, per Sie, ja, man hat ja viele Jahre zusammengearbeitet und also Klarheit, dann auch so Dinge, die zur Wertschätzung noch gehören und das geht nur durch die gute Vorbereitung, durch die Reflexion und auch Formulierungen üben, dass zum Beispiel Folgendes nicht passiert, ich muss es immer wieder an dem Negativbeispiel deutlich machen und dann umdrehen. Wir hatten es ja schon, ein Mitarbeiter fragt, warum ich, warum, jetzt sag mir doch Chef, sag mir doch, ja, also verstehe ich immer noch nicht, musst du mir nochmal erklären, was waren die Gründe bitte und dann rutscht es dem bedrängten Chef raus, naja, ich hätte es dir eigentlich schon seit drei Jahren sagen müssen, du bist halt eine Pflaume. Gott, ja. Und das geht natürlich unter die Gürtellinie, das darf nicht passieren, ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, ja, oder anderer Fall, bis halt eine Lusche. Diese Dinge dürfen unter keinen Umständen passieren und die, und das funktioniert überwiegend gut nur dann, wenn ich zum Beispiel vorher, jetzt werde ich schulmeisterlich, bitte aufschreiben. Wir machen dann das schriftlich, ja, diese ersten fünf Sätze schriftlich, die werden dann auch vorgetragen, dann merkt man beim Vortragen den Knoten in der Zunge, dann sagt man, was ich eigentlich sagen wollte, okay, dann muss man es halt nochmal neu formulieren, ja, und dann funktioniert es allerdings auch gut. Also das gehört, was Sie gesagt haben, die Klarheit, dann auch die Formulierung, keine Verletzenden, Verletzenden oder ab, bist ja auch nicht mehr der Jüngste oder sowas, also abschätzigen Formulierungen, ja, wir geraten unter Umständen sogar auch in juristische Probleme, also die Vorgesetzten, wenn sie nicht gut vorbereitet sind in der Formulierung, nämlich das AGG, ja, also ich sage immer noch Antidiskriminierungsgesetz, das Gleichbehandlungsgesetz, wo man nicht auf Alter, Religionszugrückigkeit oder selbst nicht auf Gesundheit ansprechen darf, ja, oder auf Geschlecht auch, weil dann sofort sind die Mitarbeiter beim Juristen und es gibt sofort eine Eskalation. und bei allem, worüber ich rede und wenn wir über Fairness reden, Herr Gerob, und über Anstand reden und Wertschätzung reden und Respekt, sind wir nicht nur Gutmenschen, sondern geht es unter anderem darum, Eskalationen zu vermeiden, die wieder viel Geld und Zeit kosten, die man sich nicht leisten kann und nicht die Kolleginnen und Kollegen im Team, die Bleibenden, nicht zu irritieren. Also das hat so multifaktorielle Gründe, warum ich so dahinterher bin, dass Hinterfairness und Anstand in diesem Verfahren. Sie haben es vorhin gesagt, das finde ich noch einen sehr wichtigen Punkt, die Führungskraft, die mit dem Mitarbeiter gearbeitet hat, die entlässt den Mitarbeiter auch, die macht das Königungsgespräch und trotzdem ist die Personalabteilung mit involviert, ist vielleicht sogar bei dem Königungsgespräch, glaube ich, das ist sogar sehr sinnvoll, mit dabei. Mich würde mal interessieren, wie sehen Sie die Aufgaben der Personalabteilung bei einer solchen Königin und was ist nicht deren Aufgabe? Was ist nicht deren Aufgabe? Wo sind die Grenzen? Zunächst wieder dazu, aus der Praxis für die Praxis und ich erzähle Ihnen und jetzt Ihren Zuhörern das, um vor diesen Fettnäpfchen zu warnen. Denn immer wieder kommt vor, dass Chef, weil es unangenehm ist, zur Personalabteilung, wenn es die gibt, hingeht und sagt, hier habe ich den Mitarbeiter, den stelle ich dir zur Verfügung, das ist Otto, und stelle ich dir zur Verfügung, klebe einen grünen Punkt drauf und entsorge mir den. Wenn jetzt die Personalbetreuung, Personalexperten das zulassen, und zwar aus falsch verstandener Unterstützung für den Vorgesetzten, dann demontieren Sie damit sofort die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen in diesen jeweiligen Vorgesetzten. Das heißt also, den Personalexperten, die zuhören, rufe ich zu, Vorsicht vor dem Helfersyndrom, vor Ihrem Helfersyndrom. In dem Personalbereich sind, also in anderen Bereichen, in der Linie auch, aber im Personalbereich sind immer wieder und überwiegend Menschen, die diese Personalarbeit gewählt haben, weil sie Menschen zugewandt sind, weil sie das Herz auf dem rechten Fleck haben und diese Menschen neigen dazu, zu schnell zu unterstützen, also braucht der Vorgesetzte nur zu sagen, ich tue mich da schwer und wie soll ich denn das beginnen, das Gespräch und was, wenn der auf den Tisch haut und was, wenn es Tränen gibt und dann wissen auch die Personaldamen und Herren immer wieder, naja, der und der Chef, der hat dann schon das Gespräch versaut, dann mache ich es lieber gleich selber. Also sollten sie sich hüten? Ja, sie fragten danach. Ja, unbedingt den Schulterschluss zwischen jeweiligem Vorgesetzten und Personalbetreuung, nämlich zu der Argumentation, zu dem Ablauf, zu den Konditionen, auch zu den Spielräumen auch oder den Nicht-Spielräumen, vielleicht auch zu den juristischen Konsequenzen, muss nicht jeder Vorgesetzte die ganze Juristerei kennen, geht gar nicht, ja, oder nicht, wenn es um Pensionskasse und Abfindungen geht. Das kann dann auch im Gespräch die jeweilige Personalbetreuung besprechen. Ich plädiere unbedingt für das Tandem, also für, dass zwei Menschen mit dem betreffenden Mitarbeiter ins Gespräch gehen. Über viele Jahre habe ich vertreten das Vier-Augen-Gespräch, lasse den Vorgesetzten mit dem Betreffenden gehen, aber aufgrund des vorhin schon erwähnten AGG, Vorsicht, Vorsicht, ist besser, wenn noch ein Beisitzer dabei ist, der bezeugen kann, dass da nichts Unlauteres geschehen ist. Und auch, weil oft die Botschaft nicht ankommt, habe ich eben auch schon angesprochen, Chef bringt die Botschaft nicht rüber. Wenn jemand vom Personalbereich dabei ist, kann die Dame oder der Herr nochmal mit anderen Worten erläutern, dass es wirklich um die Trennung geht. Also Vorbereitung ja, durch Personalkolleginnen und Kollegen, Begleitung der jeweiligen Führungskraft auch und vor allen Dingen auch natürlich die Reflexion, wie ist denn das Gespräch gelaufen? Und da möchte ich wiederum ermutigen, die Personalkolleginnen und Kollegen, die zuhören, unbedingt im Sinne von Kaizen, im Sinne von Selbstreflexion, auch den jeweiligen Vorgesetzten, klar rückzumelden, was gut gelaufen ist und was wir demnächst anders machen müssen. Und dann hat natürlich der Personalbereich noch in der vorhin schon zitierten Organisation des Projektes, also was ich nannte Logistik und Ablauf festlegen und Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen, bis hin zu der Frage, wer sagt was und da hat dann der Personalbereich eine große Verantwortung und da ermutige ich die auch, also sich da wirklich einzubringen. Eine Personalkollegin, die hat ihrem Geschäftsführer gesagt, Geschäftsführer, wenn du nicht mit in den Workshop gehst, also indem wir die Dinge reflektieren und die Dinge üben und lernen, dann kann ich dich, wenn es sein muss, kann ich dich vorgerecht nicht vertreten, weil wir sprechen gar nicht die gleiche Sprache. Also so in dem Sinne, nur Mut. Das verstehe ich, ja. Herr Andrzejewski, ich habe ja Ihr Buch nicht alles, aber vieles gelesen und Sie beschreiben das dort in einer sehr ausführlichen Art und Weise, wirklich auch mit vielen Beispielen. Mir hat das unheimlich gut gefallen. Ich habe da viel gefunden, womit man sich wirklich gut vorbereiten kann, auch auf ein solches Gespräch. Aber ich habe auch verstanden, gerade bei größeren betriebsbedingten Kündigungen braucht die normale Führungskraft, würde ich mich dazu zählen, einen Partner, einen Coach oder jemand, der in dieser Richtung agiert. Reicht es da manchmal wirklich, dass die HR-Abteilung das macht oder ist es da, wie sie, wann ist es wichtig zu sagen, nee, da braucht man so einen Workshop, der womit Leute sich darauf spezialisieren. Meine Erfahrung, Herr Gerab, es gibt also sehr, 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 sehr gut ausgebildete Personal, Damen und Herren in den Unternehmen, die allerdings immer wieder so erlebt, das ist Prediger im eigenen Land, deren Stimme nicht wirklich gehört, nicht wirklich befolgt wird. Das ist irgendwie systemimmanent, offensichtlich, also immer wieder jedenfalls mal so. Das allein ist dann ein Grund, auch vielleicht lieber wirklich für überschaubares Honorar, einen externen zu holen, einen Experten, der wirklich sie mit Trennung und der ganzen Dynamik auskennt, zu holen. Selbst nur für eben ein oder zwei Tage oder auch für ein Special Coaching, natürlich, gut, manchmal begleite ich auch den gesamten Prozess über Wochen oder Monate oder es gibt ein ganz diskretes VIP-Coaching für einen Geschäftsführer, für einen Vorstand, aber ganz in überschaubarem Rahmen jemanden, der auch nicht, das ist noch ein systemischer Aspekt, der nicht zum System gehört. Also das System Unternehmen, in dem dann Veränderungen stattfinden und Abbau stattfinden, das köchelt auch in sich so, also sozusagen in der eigenen Brühe. Ich meine, das sind auch immer Abhängigkeiten. Abhängigkeiten, politische, manchmal auch Verstrickungen, intern, intern und manchmal auch, ich sage es durchaus kritisch, Obersticht unter, ja und jetzt sehen Sie mal zu, dass das läuft, liebe, vor allen Dingen, also immer wieder leider, leider sind so Personalbereiche auch, ich sage es voller Respekt, aber Anführungszeichen, nur Handlanger, nur Assistenten, ja, ich sehe die in einer ganz wichtigen hohen Rolle, auch ganz hoch aufgehängt. Ich glaube, der Jake Welch hat das doch mal gesagt, dass eigentlich der zweite Mann im Unternehmen nach dem CEO der HR-Mann sein sollte und es ist immer der Finanzer. Plädiere ich auch dafür, weil allein, wenn wir uns auf der Zunge zergehen lassen, man redet von den Human Resources, das sind Menschen, das sind die menschlichen Ressourcen, das sind die Menschen und selbst bei aller Technologisierung heute und in dem die Maschinen ganz viel Arbeit übernehmen, aber doch an entscheidenden Stellen sitzen Menschen und wird es zukünftig Menschen sein und also geht es um den Umgang mit den Menschen und von daher sind die Kolleginnen und Kollegen im HR, im Human Resources Management zu würdigen und ja, müssten die Zweiten sein, sehe ich auch so. Inzwischen, und das hat Jahre gedauert, inzwischen outen sich Unternehmensvertreterinnen und Vertreter, Vorstände, Führungskräfte, Betroffene auch, Personalkollegen, Betriebsräte auch und Betroffene, die auf dem vorhin zitierten Kongress gesprochen haben und jetzt auch, also 44 Statements und Best Practice Beispiele gibt es im Buch, die auch mit Namen und Ross und Reiter nennen, über ihre eigenen Erfahrungen sprechen, auch Empfehlungen aussprechen und das ist eine Entwicklung, für die ich sehr dankbar bin und die sehr zu schätzen weiß. Also das wäre so abschließend auch meine Frage, also ich verstehe, auch wenn man ihr Buch liest, das kommt überall durch, sie legen viel Wert drauf, den Führungskräften und Unternehmen klar zu machen, wie wichtig es ist, wenn man sich von Mitarbeitern trennt, das mit Anstand, Respekt und Menschlichkeit zu machen und zwar vor allem nicht nur aus moralischen Gründen, sondern wirklich auch aus den wirtschaftlichen Erwägungen heraus, da haben wir schöne Beispiele gehört. Wenn ich Sie richtig verstehe, beobachten Sie durchaus also momentan in der Wirtschaft eine positive Veränderung in den kleinen wie auch in den großen Unternehmen hin zu einer mehr fairen Trennungskultur? Erkennen das die Unternehmen wirklich momentan vermehrt? Ja und nein. Also mir begegnet auch heute und das betone ich das heute, weil schon lange sind eigentlich die Mechanismen bekannt und eben seit 2001 wird auch das alles beschrieben. Ausführlich. Aber immer noch begegnen mir heute sehr viel Arroganz und Ignoranz. Also das muss man doch können oder dafür werden Sie doch bezahlt. Also lieber Chef, jetzt macht das. Aber eben und das möchte ich hier und jetzt unterstreichen, insofern eine positive Entwicklung, dass aus Leidensdruck heraus, dass mehr und mehr Unternehmensvertret, Unternehmerinnen, Unternehmer muss ich sagen, es sind ja wieder die Menschen, die das erkennen, die sagen, nee so wie das beim ersten Mal damals 2002 und beim zweiten Mal 2004 gelaufen ist, mit dieser Anzahl von Kündigungsschutzklagen oder mit diesem Trouble, den wir da hatten, das müssen wir diesmal anders machen. und die sich dann befassen, also es ist ganz unterschiedlich, wer aus dem Unternehmen den Anstoß gibt, sich mit dem professionellen Trennungsmanagement und der Methodik zu befassen und dann gibt es positive Entwicklungen. Ich kann Ihnen das auch konkret benennen, sogar auch in Zahlen benennen. Ein Unternehmen beispielsweise hat dokumentiert, die Anwendung der Methodik zwischen 2009 und 2015, ein Unternehmen von etwa knapp 5000 Mitarbeitern, so und von diesen 5000 Mitarbeitern, da ging es um Performance Management, also Entwicklung, Förderung, immer natürlich unter dem Leistungsgedanken, klar muss unten was rauskommen und dann die haben ganz still und leise, also mit Anstand, keine Eskalationen, keine Gerichtsprozesse, keine Presse, jährlich 300 bis 360 Mitarbeiter um- und auch abgebaut. Also man hat geschaut, dass die richtigen Menschen am richtigen Platz waren. Oder ein Beispiel, das ist dokumentiert, auch wiederum in einer Studie, im Mittel gibt es 34% Kündigungsschutzklagen. Das geht zum Teil bis 70%. Bei den leitenden Angestellten zum Beispiel muss man bis 70% mit Kündigungsschutzklagen rechnen. So, und wenn es jetzt gelingt und das ist die positive Entwicklung, nach der Sie fragen, dass Unternehmen erkennen, indem wir uns professionell vorbereiten, indem wir auch das Package anständig schnüren, zum Beispiel konkret eine Out- oder New-Placement-Beratung einbauen, drücken wir die Zahl der Kündigungsschutzklagen unter 10%, dann ist das auch bares Geld. Dann ist das auch natürlich für das Image positiv, dann ist das für, und jetzt komme ich auch zu dem, was Sie fragen, Sie deuteten es auch schon an, da geht es wirklich um Zukunftssicherung, also die Geschäftsfähigkeit und die Geschäftsinteressen der Zukunft zu sichern, die Bleibenden motiviert und loyal bei der Stange zu halten und real Geld zu sparen. Das heißt, ich verstehe das richtig, dass also auch, sagen wir mal, Vorstände, die empathisch jetzt etwas minder bemittelt sind, auf die Schiene einschwenken, ganz einfach, weil Sie sagen, aus wirtschaftlichen Erwägungen, macht das alles Sinn. Die Herrschaften, die Sie ansprechen jetzt, Damen und Herren, haben entweder durch kollegialen Austausch erfahren von Kollegen oder auch selber am eigenen Leib erfahren müssen, dass zum Beispiel Verzögerungen in den Verhandlungen, die Eskalation über die Arbeitsgerichte mit Gütetermin und anderthalb Jahre, zwei Jahre dauert es, bis dieser einzelne Fall entschieden wurde, dass das alles unglaublich viel Geld kostet oder dass auch der Abgang von Leistungsträgern, das waren Zukunftsträger bei uns, der dann sagt, tu ich mir nicht an, ich mache die Pflege, wie man so sagt, so wie man hier mit den Menschen umgeht, ich bin weg, da kostet allein der Ersatz eines Leistungsträgers irgendwas zwischen 30 oder vielleicht 70.000 Euro, je nach Position und dann hat man doch in der Unternehmensführung inzwischen beginnt man zu erkennen, dass man sich das nicht leisten sollte, gerade nochmal wieder zurück zum Anfang unseres Gesprächs, wenn es ja um wirtschaftliche Aspekte geht, also Profitabilität zu steigern, Erträge zu steigern, jedenfalls dann nicht noch zusätzlich Geld zu verbrennen oder Geld zum Fenster rauszuwerfen. Also es geht um die Arbeitgebermarke, es geht um Sicherung der Geschäftsinteressen. Herr Andrzejewski, ich möchte mich herzlich bedanken, mir hat besonders gut bei dieser ganzen Sache gefallen, die ja eigentlich sehr heftig ist, Trennung, dass wir jetzt zum Schluss zu einem Punkt gekommen sind, wo wir sagen können, Respekt und Menschlichkeit wird zukünftig immer stärker, allein schon deswegen Berücksichtigung finden, weil es aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus sinnvoll ist. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Herr Andrzejewski. Gerne, Herr Gerob, mögen die Samenkörner aufgehen. Danke. Das war das Interview mit Dr. Laurenz Andrzejewski. Mehr über ihn finden Sie auf der Webseite seines Beratungsunternehmens auf www.management1x1.de Den Link auf die Seite wie auch den Link zu seinem hervorragenden Buch Trennungskultur und Mitarbeiterbindung finden Sie in den Shownotes unter www.mehr-führen.de schrägstrich podcast129 und führen mit UE. Dort gibt es wie immer auch das transkribierte Interview zum Nachlesen. Nächste Woche habe ich mir einen weiteren Gast eingeladen, mit dem ich mich über Kündigungen unterhalte und diesmal aber aus einer anderen Blickrichtung. Ich spreche mit der Rechtsanwältin Susanne Meier über fristlose Kündigungen. Worauf muss man als Unternehmer wie auch als Führungskraft rechtlich achten, wenn ein Mitarbeiter fristlos gekündigt werden soll? Was sind so typische Fehler, die dabei nicht auftreten sollten? Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei und jetzt zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Laoze. Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören. Wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Führungskräfte, Manager